Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9292 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In meiner Praxis führen wir Nasenkorrekturen und Facelifts durch. In meiner Praxis führen wir Nasenkorrekturen und Facelifts durch. Der Wald ist sehr trocken. Können wir hier trotzdem ein Feuer machen? Der Wald ist sehr trocken. Können wir hier trotzdem ein Feuer machen? Als Reporterin musst du in der Lage sein, Geschichten interessant und ansprechend zu erzählen. Als Reporterin musst du in der Lage sein, Geschichten interessant und ansprechend zu erzählen. Hast du heute Lust auf Pizza? Wir könnten eine bestellen und zusammen essen. Hast du heute Lust auf Pizza? Wir könnten eine bestellen und zusammen essen. Kreatives Schreiben ist eine unterhaltsame Art der Freizeitgestaltung. Kreatives Schreiben ist eine unterhaltsame Art der Freizeitgestaltung. Kreatives Schreiben ist eine unterhaltsame Art der Freizeitgestaltung. Ein Reporter schreibt eine Geschichte, in der er seine Informationen zusammenfasst. Ein Reporter schreibt eine Geschichte, in der er seine Informationen zusammenfasst. Ein Reporter schreibt eine Geschichte, in der er seine Informationen zusammenfasst. Hör mir jetzt gut zu. Das darfst du auf keinen Fall noch einmal tun. Hast du mich verstanden? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.